Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir sind im vierten Kapitel angelangt. Wie man hier irgendwo sehen kann, Kapitel 4. Wellen. Ja, okay. Wir haben hier das Elfenlager entdeckt am Seeufer. Wir waren noch nicht in dem hübschen Dorf, was ich unbedingt wieder mal sehen möchte. Es ist lange her. Ja, hier in diesem Hüllenengang sollen wohl noch irgendwelche verwundeten Elfen sein. Das möchte ich mir natürlich auch noch genauer anschauen. Ein paar Quests haben wir auch schon bekommen. Zum Beispiel ertrunkene töten oder den Elben, Elfen meine ich, wir sind ja nicht in Herr der Ringe, Brot geben. Ich habe keine Kraft mehr zum Jagen. Ja, okay. Es tut mir sehr leid für dich. Elfin. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Ich kehre in die blauen Berge zurück. Er ist verwundet und krank und redet ganz normal. Ah, cool. Entfahrt deine. Hm. Optisch interessant gerade, diese Elfin. Ähm. Wisst ihr was? Da war ich beim letzten Mal ja an einem Lagerfeuer und habe keine Tränke hergestellt. Natürlich ein bisschen doof. Hm, hm, hm. Es ist aber echt schon wieder dunkel in manchen Ecken. Hm, hm, hm. Wird betreten, Korridor. Okay, gut, hier gibt es uns nichts weiter. Ich kann ja nochmal auf die Karte schauen am Stop. Ähm. Ja. Das war das Einzige. Der Rest ist hier zugeschüttet. Hm, 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 hm. Es wird echt krass, den Unterschied zu sehen, zu dem ersten, zweiten Teil. Erstens wirkt der zweite ein bisschen bunter und generell hat alles irgendwie eine total andere Stimmung. Finde ich aber auch sehr, sehr genial. Also grafisch ist der zweite Teil natürlich sehr, 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 ja, auf hohem Niveau, sogar heute noch, finde ich. Also das lief bei mir. Es gibt ja dieses komische, weiß ich nicht, irgendeinen merkwürdigen Filter oder eine richtig extrem krasse Kantenglättung. Die läuft nicht mal jetzt auf meinem System. Und das System war, sag ich mal, sehr, sehr neu zu Beginn. Oder als, als Witcher rauskam, Witcher 2. Das ist schon dann eine Wucht irgendwie. So. Hm, hm, hm. Oh, der Macht. Ritual der Magie durchführen. Teleportieren können wir uns sicher nicht, weil, ja, wir wissen nicht so wirklich, wo wir hier sind. Unbekanntes Kraut. Ein Äffchen. Ich hab mich grad leicht verlaufen. Straße durch den Wald. Okay. Gut, da geht's dann wieder zum Haus des Fischers, nehm ich an. Ja. Ich würde sagen, wir folgen der Straße jetzt einfach mal. Und schauen, wo es uns hinführt. Oh Gott. So eine Leiche, oder wie? Ah. Was soll das denn hier? Mitten auf dem Weg? Okay, den Pepperwodka nehmen wir natürlich mit. Gemein, aber gut. Das ist ein toter Mensch. Uiuiui. Ein paar kleine Blumenfelder. Hm, hm, hm. Wenn ich jetzt hier einen Schmied finde, werde ich mal schauen, ob ich meine Waffe nicht mal ein bisschen stärker machen kann. Ich denke, das wäre doch recht nützlich. Flatterer. Tagsüber trifft man hier auf Flatterer. Das gucke ich mir an. So, ihr Biester. Kommt mal her. Die sind natürlich gefährlich, dadurch, dass die uns so komisch anschreien können. Und dann, ähm, ja, sind wir natürlich betäubt. So, der ist tot. Der wollte das gerade machen. So. Oh, ich hoffe, das drückt uns jetzt nicht sehr schön. So. Okay, da hinten ist nur eine Gruft oder ähnliches. Oder Höhle. Ich würde sagen, da gehen wir auf jeden Fall rein. Wir sind ein Hexer. Unermüdlich, unerschrocken. Wir machen das einfach, weil ich noch irgendwo ein Leichnam, ein anderer. Hm. Grufteingang. Das ist die Gruft, von der die Rede war. Wartet mal, ich speichere mal schnell. Gucken wir schon mal unsere Nebenquests an. Jetzt haben wir hier wieder die Orte offen. Okay. Kapitel 4. Kapitel 3. Hm. Okay. Alte Gewohnheiten. Hm. Tägliches Brot. Und die Hauptquest war das, glaube ich, mit einer Gruft gehen und mit dem Hexer sprechen. Ist das die Gruft? Ja. Ja, okay, gut. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken, ob wir vielleicht Beringa hier finden, wenn es denn Beringa ist. Auf dem Seeufer. Beringa. Der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Wow. Lang hat es gedauert. Aber da ist er nun wirklich. Zum ersten Mal sehen wir ihn. Wir verfolgen ihn ja wirklich schon seit Kapitel 1. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Beringa. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxe hier sein. Wertet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wesemir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Moor hingesorgt. Okay, das war irgendwie nicht sehr gut, auf Hexer zu sprechen. Endlich habe ich Beringa getroffen. Ich sollte mit ihm reden. Ja, okay. Alp. Das ist nicht cool. Das ist ein ganz schön viel. Wirklich, das ist der Dunkel hier drin. Das gefällt mir nicht. Ich wollte eigentlich nicht nochmal im Dunkeln kämpfen. Ich habe keine Katze mehr. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch ein... ...ein Lagerfeuer oder ähnliches. Schade. Schade, ey. Kein Instant Keel möglich. Wir sind die nicht so schnell benommen. Also mein Hexer-Schwert möchte ich auf jeden Fall verstärken. Das haut bei den Viechern gar nicht so da rein. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Ruxa. Okay, Ruxa sind dann wohl die etwas schwächeren Varianten. Hör mich an. Oder auch nicht. Wow. Was zum Teufel. Okay, schlafen sie nicht, aber ich glaube... Ja. Starker Stahl ist besser. So. Ich glaube generell der starke Kampfstil, oder nicht? Also beim alten schneller und bei der Ruxa ein starker. Okay. Die haben wir gleich. Was für eine Rüste meint der Brun? Bin gespannt. Ich muss Beringer folgen, wenn ich weitere Informationen will. Was zum Teufel mache ich hier? Okay, Leute. Es ist nun wirklich schon sehr, sehr dunkel, aber wir folgen ihm einfach mal. Wobei... Wenn alle Stricke reißen... Ähm... Ich habe hier noch eine Fackel. Moment. Ups. Falscher Knopf. Ich weiß nicht, war es R? Nein. Dann war es... Anderer Knopf. Den ich jetzt gerade nicht finde. Machen wir das Ganze so. So ist es auch hell. Wenigstens ein bisschen. Beringer. Haut er einfach ab. Hm. Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Ha ha ha. Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich? Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. Ha ha ha. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf. Da kommen sie wieder. Okay, noch ein paar. Da werden wir doch wohl mit fertig. Ein Albtraum. Oh, herrlich. Das hat mal geklappt. Krass. Nochmal vielleicht? Schade. Aber wir sind ja nicht alleine. Geht ganz gut mit Beringer-Shilfe. Er hat eine Schwachstelle in meinem Kampfziel gefunden. Das war es. Vielleicht werden wir es nicht herausfinden. Ich sehe ihn aber keine Arzt oder so. Ich glaube, der ist schwächer als wir. Nehme ich jetzt einfach an. Die sind hier der Held, so Leia. So. Okay, was dann folgen wir ihm wieder. Was macht er da? Hm. Die Überreste könnte ich auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Sarkophag. Das war zu einfach. Beringer. Ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxel töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheilige. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Oh Mann, was ist jetzt eigentlich los? Ich muss Beringer folgen. Das geht jetzt die ganze Zeit so, oder was? Teil einer Rüstung. Questgegenstand. Okay, den nehmen wir mit. Und wir dürfen kämpfen. Wieder einmal. Erscheinungen. Ich glaube, Erscheinungen sind nicht so gut. Wenn Geralt sich vielleicht noch darauf einigen könnte, was er jetzt hier eigentlich bekämpfen will, ob Erscheinungen oder Bruxa, wäre das ganz vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher für uns. Geralt, jetzt nicht schwächeln. Hallo. Ja. Machen wir dem Alp ein bisschen Kopf kürzer. So, jetzt ist aber wieder Erscheinung. Das Ding haben wir schon mal getroffen. Am Friedhof in diesem Mal im Tempel-Bezirk. Sagt man dafür, dass wir so eine Frau töten. Da war nur was lustig, dass wir das Teil hier zuerst getötet hatten und dann mit der Frau irgendwann gesprochen haben. Okay, gerade macht ihr dann Salto. Schade eigentlich. So. Haben wir es denn jetzt gleich? Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus. Aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Okay. Ich werde versuchen mit Beringer zu reden. Ich will mich draußen beim Feuer mit ihm treffen. Gut. Wir haben hier eine Rüstung bekommen. Quest-Gegenstand. Haben wir noch gar keine Informationen dazu bekommen, oder? Oder habe ich das noch nicht gesehen? Mhm. Die Pfade des Schicksals. Okay. Leute, mein Stuhl knatscht irgendwie total. Was mir sehr leid tut. Wenn ihr das jetzt hören solltet. Hm. Ich hatte hier auf jeden Fall noch einen Sarkophag gesehen. Hier ist noch ein bisschen Geld. Okay, halt, dann steck doch nicht immer dein Feuer ein, wenn du eine Truhe aktivierst. Ich rucke jetzt hier nochmal ganz kurz rein. Okay, gut. Ist wirklich leer. Dann hier drüben in den noch. Schwarzpulver brauche ich nicht. Upsala. Falsch gelaufen. Krass. Das letzte Kapitel sind wir echt hier am Ufer angelangt und haben nicht viel davon gesehen. Toll. Ich finde das echt doof, dass er die Fackel weglegt, wenn ich was anklicke. Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Normal, dass man in einer riesen dunklen Ruine das Licht ausmacht, wenn man sich Gegenschinder aus der Truhe nimmt, weil man ja auch alles sieht. Hm. Egal, Geralt wird wissen, was er tut. Hat ja Katzenaugen. Er sieht im Dunkeln besser als Menschen. So. Den Sarkophag hier hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Den können wir auch gar nicht öffnen. Schade. Haben wir eine Kiste. Mit viel Geld. Einen Alkohol. Einer Silberkette. Irgendwas. Den Fisch lassen wir einfach hier. So, Geralt. Das Licht wieder an. Ich würde gerade sagen, hier ein Geheimweg oder so. Leider nicht. Kiste. Okay. Mehr gibt es hier denn wirklich nicht. Nur nochmal ganz fix auf die Karte, ob ich da recht habe. Ähm. Ja. Das war es auch schon. Hier können wir noch. Was ist das? Ein Alpzahn? Ja. Alpfangszene. Sehr schön. Vielleicht gibt es da eine Quest für Alps oder Elpe. Wir können keine Gegenstände mehr mit aufnehmen. Was ist das denn? Ruxa-Blut. Wo konnten wir das denn nicht aufnehmen? Das ging... Hä? Macht keinen Sinn, aber okay. Gut. Ach, verdammt. Was du überhaupt knatscht? Du gerade so. Das ist echt nervig. Weil so ein Standmikro nimmt doch irgendwie alles auf. So. Na denn. Können wir quatschen. Wenn irgendwo ein Feuer ist, dann her damit. Kann ich wenigstens ein paar Tränke herstellen, wenn das denn geht. Okay, gut. Der ist ziemlich weit außerhalb der Ruine. Aber wenigstens gibt es den Feuerchen. Quatschen wir erst? Ne. Erstmal die Feuerstelle. Ich meine, neue Talente gibt es noch nicht, möchte ich meinen. Nein. Aber ein paar Tränke-Bindekraut. So. Katze mische ich jetzt. Weiß ich nicht. Dreimal. Kikimorenzorn. Kann ich die nicht machen? Was fehlt? Irgendwas muss fehlen. Hm. Es werden bessere alchemistische Grundstoffe benötigt. Tja. Okay. Schwalbe geht nicht. Was fehlt uns denn da noch? Weiße Möwe. Hm. Okay. Wenn ich das Schwalbe nicht herstellen könnte, ist auch traurig. Es werden bessere alchemistische Grundstoffe benötigt. Tja. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen was... Äh. Ja. Kaufen oder sammeln. Was ist denn hier eigentlich? Alchemie-Studium. Stadium 1. Bitte alchemistische Grundstoffe wählen. Und den Alchemie-Prozess zu starten. Hm. Hm. Achso. Waldkauz ist, glaube ich, für die Ausdauer da. Hm. Okay. Mach ich jetzt noch nicht. Das war's dann auf jeden Fall schon. So. Dann wollen wir doch mal mit Beringa reden. Hm. Macht das eigentlich weder mit dem Stock? Also? Was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden. Und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns, oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten. Dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Okay. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Wodja neu lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für ein Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Wodja neu, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Okay, ja. Er hat eine Rüstung erwähnt. Wir haben was gefunden. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch. Auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegendes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Karbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit lang durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Okay. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodja neu finden kann? Kennen wir eigentlich schon. Das ist ein Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dargons fort. Daher müsst ihr auf ihn warten, falls er es nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Mhm. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert. Stirb durch das Schwert. Vielen Dank. Also scheint uns dieser Fehler nicht mehr... Ja, diesen Fehler können wir wohl nicht mehr korrigieren. Das Bein ist zerquetscht gewesen. Jetzt haben wir da irgendwie eine kleine Spastik drin. Lebt wohl. Weiß ich nicht. Hm. Okay, das war's also erstmal. Ich sollte andere Arbeiten erlegen, bis Behringer gesprächiger wird. Okay. Ich sollte mit Julian und dem Wort der neue Priester sprechen. Behringer schlug vor, dass ich mit dem Schmied und dem Elfenhandwerk über Rabess Rüstung spreche. Okay. Durchgang zum Dorf. Da möchten wir auf jeden Fall hin. Aber ich laufe gerade falsch. Wir müssen ja ein Stück weiter nach oben laufen. Mit dem Schwert geht es schneller, deswegen zücke ich das jetzt mal. So. Ach, Behringer, komischer Typ. Fand den schon immer sehr, sehr merkwürdig. Hm. Ich brauche auf jeden Fall so ein bisschen bessere Zutaten für Schwalbe. Weil ohne Schwalbe kommen wir hier nicht weit. Jetzt könnte ich mir natürlich noch mal ganz kurz was dazu angucken. Formeln. Dum, 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 dum. Schwalbe. Hm. Vitrol, Rebus. Äther. Vitrol, Rebus und Äther. Hm. Vitrol habe ich. Rebus habe ich auch. Und Äther habe ich auch. Ach, dann liegt es wahrscheinlich nur am Alkohol, der mir fehlt. Oder? Und Stoffe tränken, denke ich nicht. Hm. Aber... Warum kann ich es dann nicht herstellen? Ist jetzt die Frage. Hm. Ähm... Katze. Ach, verdammt. Ich habe echt noch mal Katze gemacht, obwohl ich den noch achtmal im Momentar habe. Ah, ich bin ja doof. Den Absolut habe ich neunmal. Den hebe ich mir auf jeden Fall für den Schluss auf. Ich denke, wir kommen uns ganz gut klar. Hm. Okay. Das ist doof. Ah, supi. Schönes Bild, stimmt. Ah, ich finde es toll. Äh, hier gibt es euch ne sehr, sehr coole Sidequest. Äh, hier gibt es euch eine sehr, sehr coole Sidequest. Das ist ein Schuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich. Und die Bäuerinnen, hm. Geht es vielleicht etwas genauer, Rittersporn? Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodja neu. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alvin? Hm, ja, außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, weil andere hinter ihm her sind. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Hm. Ach, Rittersporn, viel Spaß. Ich muss Alvin finden und mit ihm reden. Ich finde es wirklich sehr merkwürdig, dass Alvin eigentlich hier ist. Komisch. Also, generell die ganze Sache um Alvin ist sehr merkwürdig. Und gegen Ende wird sich das natürlich auch so ein bisschen lüften. Was genau für einen Zweck und Sinn hat. Ja. Bitte dann, wir gehen auch erstmal zum Gasthaus. Hinter dem Gasthaus sind die großen Felder. Bauer? Alvin bewundert mich. Danke. Woher weiß er, dass ich Alvin kenne? Egal. Hochzeitsgäste. Eine wunderbare Gegend. Die Damen sind bezaubernd. Ja. Alter Bauer. Hallo. Haltet euch von unseren Rosalkas fern, Hexer. Er ist ja gut. Berberrohr. Nehmen wir doch mal mit. Das bringt nur Ärger. Ne. Meine Rücken tut weh. Aber keine Wolke ist zu sehen. Nicht? Nimmt diese Dordanie ein Ende. Ich sehe hier genug Wolken. Die Elfen sollten das Seeufer räumen. Hm. Hochzeitsgast. Diese Alina hat es mir angetan. Okay. Hm. Auf ins Gasthaus. Es hat keinen speziellen Namen. Einfach nur das Dorf Gasthaus. Reicht aber auch aus. So. Gasthaus. Trübwasser. Kellnerin. Schankwirt. Bauer. Haben wir sonst noch irgendwas Spezielles? Tja. Okay. Ach. Die Musik ist cool. Und Ritter Sporne singt was. Deswegen hören wir die Tavernenmusik jetzt nicht komplett. Hochzeitsgast. Haben wir noch irgendwen anderen? Titans Julian. CR-Camper. Was wir natürlich auch wieder machen müssen. Na gut. Geralt? Was ist nach meinem Verschwinden in Visima passiert? Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen. Aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Nehmt es mir nicht übel. Aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Was? Ich töte Menschen nur in Notwehr. Wie in alten Zeiten. So sehr wir uns auch bemühen, die miesen Dreckskerle werden einfach nicht weniger. Ich befürchte, den Schlimmsten sind wir noch gar nicht begegnet. Seid vorsichtig. Versprochen. Geralt? Ich habe immer noch. Wie gefällt es euch auf dem Land? Es ist wundervoll. Wein, Weib und Würfel die ganze Nacht. Würfel? Ich habe auch schon gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auch in der Provinz beliebt ist. Die Leute hier sind ganz wild darauf. Es ist unglaublich. Okay. Ich bin praktisch auch ein Profi. Geralt, ich will euch nicht enttäuschen. Aber ihr müsst noch viel üben, um auf mein Niveau zu kommen. Lasst es mich versuchen. Ihr seid mir wie ein Bruder. Ich kann euch nicht das Fell über die Ohren ziehen. Kommt wieder, wenn ihr mehr Übung habt. Fangt mit Tobias Hoffmann oder Julian an. Alles klar, Leute. Das werden wir im nächsten Mal machen und das Telefon klingeln, wie ihr gerade hört. Da werde ich gleich mal rangehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, The Witcher. Bye. dev